Die Märkte lehnen sich heute nicht allzu weit aus dem Fenster vor den morgigen Inflationsdaten, aber es gibt interessante Entwicklungen, die heute stattgefunden haben. Wir haben den Ölpreis, der auf den höchsten Stand des Jahres steigt, mit über 88 Dollar, mit all den Folgewirkungen. Welche Folgewirkungen hat das? Das stresst auf jeden Fall die Fed. Es schürt die Inflation und dann wartet man auf Apple. Das Apple-Event beginnt jetzt etwa zu dem Zeitpunkt, wo ich hier diese Aufnahme mache. Sie sehen es dann immer etwas später. Wir wollen uns die Ausgangslage mal anschauen. Zunächst dieser Ölpreisanstieg über 88 Dollar. Diesel Rally, nachdem die Russen den Diesel-Output verknappt haben. Rekordkraftstoff-Nachfrage, das ist ein Zeichen für den Boom der erneuerbaren Energien. Die Angebotsverknappung durch die OPEC, all das haben wir ja gesehen. Und jetzt hat die OPEC dann heute auch Daten rausgehauen, wonach der Markt praktisch unterversorgt sein dürfte. Also es würde zu wenig Öl geben im vierten Quartal. Das treibt natürlich den Preis. Wir sehen hier bei den morgigen Inflationsdaten, da dürfte der Energiesektor ein maßgeblicher Treiber dieser Inflation sein. Das ist also im Prinzip das Spiel, das die OPEC jetzt mit den westlichen Ländern macht. Die Wall Street will gerne das ganze KI-Thema spielen. Die OPEC möchte den Ölpreis nach oben bringen. Und das ist natürlich eine unschöne Konstellation. Hier sehen wir diesen Ölmarkt mit drei Millionen Barrels zu wenig versorgt pro Tag. Lauter Daten der OPEC. Und das ist natürlich ein Riesenproblem auch für die Wirtschaft hier. Ja, denn viele würden dann vielleicht so Sachen, die man nicht unbedingt ausgeben muss, auch nicht ausgeben. Also bestimmte Sachen, Discretionary Spending, dann sehen wir natürlich, dass das schon ein Inflationstreiber ist. Die OPEC muss bedenken, welchen Effekt das auf die Märkte hat. So warnen schon einige Analysten. Also was passiert nämlich, wenn der Ölpreis lange hoch bleibt, dann steigen die Kosten für die Unternehmen, dann geraten normalerweise die Margen unter Druck. Und Lance Roberts hat in einer Analyse gezeigt, dass länger hohe Energiepreise dann vor allem eines bringen, weniger einen direkten Effekt auf die Inflation. Denn nur 7% der CPI Calculation, also der Berechnung der Inflation, der Verbraucherpreise, ist direkte Energiepreise. Aber was vielmehr der Fall ist, es gibt einen engen Zusammenhang zwischen dem Eintreten einer Rezession und hohen Energiepreisen. Mit anderen Worten, je höher die Energiepreise sind, umso sicherer gerät die Wirtschaft dann in eine Rezession. Und wir sehen das jetzt schon zum Beispiel bei den Small Businesses in den USA. Hier sehen wir, ist der Optimismus wieder zurückgegangen. Und vor allem, Sie berichten von Selling Prices Rise, also die Verkaufspreise steigen schlichtweg, weil eben auch die Kostenstruktur dieser Unternehmen höher geworden ist. Unten sehen Sie mal das aktuelle Niveau dieses Optimismus bei den kleinen Firmen, die ja um und bei 50% der Menschen in den USA beschäftigen, ist jetzt auf einem Niveau, auf dem es immer zu einer Rezession kam. Morgen die Inflationsdaten ja natürlich im Fokus. Die Erwartung in der Headline-Zahl zum Vorjahresmonat schwankt zwischen 3,6 und 3,7%, wie Sie hier links sehen. Aber wichtig natürlich auch die Core CPI, also die Kernrate ohne Nahrung und Energie, auf die die FED ja sehr stark achtet. Hier die Erwartung zum Vormonat zwischen 0,14 und 0,24%. Also das dürfte bei 0,2% reinkommend gerundet und dann im Kern, in der Kernrate erwarten alle 4,3%. Das wird natürlich ein ziemlicher Market-Mover, obwohl die FED relativ klargestellt hat, dass sie erstmal jetzt in der nächsten Woche die Zinsen nicht weiter anheben wird. Schauen wir uns mal das Geschehen heute an und wir sehen gerade bei Tech ziemlich viel Rot. Wir sehen eine Oracle zweistellig im Minus, wir sehen eine Apple im Minus mit 1,5%, heute ja Apple Day. Wir sehen eine Amazon im Minus, eine Meta, eine Tesla leicht im Minus. Wir sehen daher den Nasdaq als schwächsten Index heute. Gestern war es ja umgekehrt nach der sensationellen und der absolut gerechtfertigten Kurszielanhebung von Morgan Stanley für Tesla. Dazu gleich mehr. Wir sehen, der einzige Index, der im Plus ist, ist der Nebenwerteindex Russell 2000. Dann hier zwei unterschiedliche Meinungen zu dem ganzen Tech-Sektor. Sven Henrik sagt hier, guckt mal, das könnte hier eine inverse Schulterkopf-Schulter werden mit einem Ziel viel weiter oben. Also das könnte bullish sein für die Tech-Werte. Dagegen sehen wir hier diesen Veteran-Analysten, den ich gestern schon mal zitiert hatte. Der sagt, also der S&P 500 könnte 50% nach unten gehen. Er erwartet einen Bruch der Oktober-Tiefs und sagt aber, ich bin selber noch long, weil meine Signale noch auf long sind. Aber es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis sie auf Short drehen. Also er ist jetzt kein Megabär, der sofort alles auf fallende Kurse setzt. Könnte noch ein bisschen weiter nach oben gehen. Aber wir sehen, es ist wenig Angst im Markt. Wir sehen, wie es Lance Roberts hier zeigt. Wir haben jetzt 95 Tage ohne einen Abverkauf von 1,5% oder mehr im S&P 500. Wir sehen den Fear & Greed Index fast schon wieder im Gear-Bereich. Also es ist nicht so, dass hier die Leute richtig viel Angst hätten. Wir sehen den Sox, also den Halbleiter-Index, der nicht so richtig gut aussieht. Hier sehen wir so eine Wedge, die gebrochen wurde und wir kommen über bestimmte Niveaus nicht drüber. Halbleiter waren ja ein maßgeblicher Treiber auch dieser Rally. Und hier nochmal diese ganze Tesla-Geschichte von gestern. Aus meiner Sicht eine Riesenschweinerei, die da gestern passiert ist. Erstens, Tesla ist die meistgeschortete Large Cap US-Aktie, die man finden kann. Und das schon den dritten Monat in Folge. Das heißt, diese Kaufempfehlung von Morgan Stanley, die Anhebung des Kursziels von 250 auf 400 Dollar, hat viele Shorties natürlich ganz, ganz böse erwischt. Und man kann davon ausgehen, dass Morgan Stanley ziemlich genau weiß, wer wie viel Short ist von den großen Jungs. Und heute kam dann Gordon Johnson zu Wort, der nochmal gesagt hat, also eins dürfen wir nicht vergessen, Morgan Stanley ist faktisch der Banker von Tesla. Morgan Stanley hat Elon Musk ermöglicht, Twitter zu kaufen. Und er sagte, diese Aufstufung des Kursziels basiert auf Geschäftsfeldern, in denen Tesla noch nicht mal aktiv ist. Diese ganze autonomes Fahren, Robo-Taxi-Geschichte, die uns Elon Musk ja schon seit 523 Jahren verspricht, die aber immer noch nicht wirklich in Sichtweite ist. Also das ist sozusagen ein Irreales, auf dem dann ein Kursziel aufgebaut wird. Und er sagt, das wäre so, als würde man McDonalds aufstufen, weil die zukünftig auch Tennisschuhe verkaufen könnten. Das finde ich vielleicht keinen so schlechten Vergleich. Er sagt, Tesla ist eine Autofirma, keine Tech-Firma. 98 Prozent des Umsatzes kommen über eben Autoverkäufe. Ein Prozent kommt durch die Ladestation und der Rest ist Pipifax. Und wir sehen vor allem, dass die Absätze von Tesla wohl ein ziemliches Problem haben, schon in diesem Quartal. Das sehen wir jetzt aktuell zum Beispiel in China. Anmeldungen von Autos im höherwertigen Segment zwischen dem 1. und 10. September. Da ist Tesla nur auf dem vierten Platz. Hinter Mercedes, Audi, BMW, Tesla, da kommt schon Li, Auto, Nio, Lexus, Volvo und so weiter und so fort. Das ist viel schwächer, als sich Tesla das wohl vorstellt. Also man verliert an Marktanteilen auch in China konstant. Und wir sehen also, dass faktisch jetzt die Absatzsituation für Tesla sich wohl deutlich verschlechtert. Und dann kommt eine solche Anhebung des Kursziels, weil ja so ganz toller Computer von Tesla, der dann im Jahre 7.321 potenziell den Marktwert dieses Unternehmens steigern könnte. Aber heute im Fokus dann natürlich Apple. Oft ist es so, dass die Aktie fällt. Nicht immer. Hier sehen wir mal die letzten Jahre nach diesem Apple-Event. Da haben wir insgesamt 2, 4, 6, 8 Mal ist die Aktie gefallen. 4 Mal ist sie gestiegen, also ein Verhältnis von 1 zu 2, ein Lottospiel. Aber heute sehen wir, dass Apple verliert, weil eben Huawei jetzt seine Shipment-Targets, also praktisch die Verkaufsziele für sein neues Smartphone Mate 60, deutlich angehoben hat. Nämlich um 20%. Diese Meldung hat dann direkt Apple unter Druck gebracht. Wir sehen, dass wahrscheinlich dieses neue iPhone so innovativ ist, dass es einen Gramm weniger wiegen wird, das zu dieser immensen Innovationskraft von Apple. Aber wir sehen, dass Apple sich schon seit drei Wochen schlechter entwickelt als der Markt. Hier sagt dann auch Le Shrub, Apple iPhone wird identisch sein zum vorherigen iPhone. Es wird nur 200 Dollar mehr kosten. Man erwartet ja, dass Apple heute die Preise da anheben wird. Und wir haben jetzt also drei Monate in Folge, dass die Apple-Aktie underperformt. Das ist sehr, sehr selten, nämlich den breiten Markt sogar underperformt. Das haben wir eigentlich schon seit Jahren nicht mehr gehabt. Das war, glaube ich, mal hier, 2020 hatten wir das mal drei Monate. Aber das war es dann auch schon gewesen. Kommen wir now to something different, nämlich ARM, der größte Börsengang des Jahres. Das steht ja an. Wann ist noch nicht genau klar. Das IPO ist total überzeichnet. Aber eines zeigt sich, Softbank, die das ja an den Markt bringen, die haben immer was davon von diesen IPOs. Aber diejenigen, die da kaufen, diese IPOs, die haben meistens nichts davon. Bis auf Alibaba und Uber war das alles ein Rohrkrepierer. Ob Didi, Kuapang, DoorDash, Lyft, wie sie alle heißen, teilweise fast Totalverluste mit 80 Prozent oder 84 Prozent, 75 Prozent. Aber Gewinner war immer Softbank, eine ganz schmierige Firma aus meiner Sicht unter einem ganz schmierigen Chef, der ethisch total abzulehnen ist, bis sogar etwas mehr. Wir sehen hier nochmal dieses Narrativ, das Janet Yellen, Oma Janet, hier gestern ja oder vorgestern dann noch ein Spiel gebracht hat. Softlanding for the economy. Da ist sie ganz zuversichtlich. Aber die neueste Umfrage der Fed selber zeigt, dass immer mehr Amerikaner sagen, ich bin schlechter dran als im Vorjahr. Das geht sehr deutlich nach oben, diese Zahl. Und wie ist es um diese Wirtschaft in den USA bestellt, wenn die ganz großen Aktien, Ausnahme heute, deutlich besser performen als die kleinen Aktien? Wir sehen den Mega-Cap versus Micro-Cap auf einem neuen Allzeithoch, der Equal-Weight S&P 500, also der Index, in dem alle Aktien gleichgewichtet ist. Auf dem tiefsten Stand, zudem marktkapitalisiert gewichteten S&P 500 seit November 2020. Wir sehen den Market-Breath, also die Marktbreite sehr, sehr schwach. Wie gesagt, heute ein Stück weit, ein Stück weit eine Ausnahme, aber obwohl wir ja deutlich gestiegen sind, sind die meisten Aktien nicht gestiegen. Und dann nochmal zur Wirtschaft. Jetzt haben wir ja gesehen, dass die US-Arbeitsmarktdaten siebenmal in Folge nach unten revidiert wurden in den Folgeveröffentlichungen. Und hier sagt Daniel D. Martina Booth, also ich habe gelernt, als ich damals als Rookie, als junge Frau bei der Fed angefangen habe, dass drei Abwärtsrevisionen in Folge ein Inflection Point sind. Jetzt haben wir so viele Abwärtsrevisionen wie seit 2008 nicht mehr und davor gab es das im Jahr 1985. Also da ist durchaus schon so ein bisschen Stress im System. Und auf der anderen Seite haben wir Stress im System zwischen den USA und China. Hier sehen wir, BlackRock wird jetzt einen Equity Fund schließen, nachdem der Kongress hier Stress gemacht hat. Der Vorwurf, man würde da mit in Firmen investieren, die auf der schwarzen Liste der Amerikaner stehen, überhaupt sagen jetzt Wall-Street-Bosse, die zunehmend vom Kongress befragt werden, okay, bitte nennt nicht unseren Namen, wir sprechen gerne mit euch, aber lasst uns anonym bleiben, weil wir sonst Stress in China bekommen mit unseren chinesischen Geschäftspartnern. Das könnte unschön werden. Also wir sehen mit einem Wort, die Amerikaner wollen nicht, dass amerikanisches Geld nach China fließt. Das ist eine totale Entkoppelung. Das ist auch der Grund, warum die chinesischen Aktienmärkte sich so schwer tun. Wir sehen dann auch die Kapitalflüße. Da ist unglaublich viel Geld raus aus chinesischen Aktien geflossen und rein in amerikanische Aktien geflossen. Dazu gleich noch mehr. Und wir sehen auch, dass dieser Rebound, den wir ganz kurz mal gesehen haben, nachdem Peking ja die, wie soll man sagen, die Regularien für Immobilienkäufe ein bisschen gelockert hat. Das ist jetzt schon wieder total verpufft. Das war in der Vorwoche noch super, aber in der letzten Woche ist das schon wieder sehr stark eingebrochen. Also dieser Effekt, der Stimulus-Effekt am Immobilienmarkt, der wird auch sehr schnell wieder verpuffen. Und Stimulus, das ist das, was wir bräuchten, aber irgendwie so mehr geistigen Stimulus angesichts der mentalen Verwirrung der Klimagläubigen, der Klimatalibane, die teilweise ja bei uns an der Macht sind. Wir sehen, der deutschen Wirtschaft geht schlecht, wie Daniel Eckert sagt. Warum steht der DAX genauso hoch wie im Sommer 2021? Ein typischer Fall von Geldillusionen, sieht man nämlich den Kaufkraftverlust ab. Dann sind die DAX-Firmen rund ein Zehntel weniger wert als 2021, selbst wenn man Dividenden inkludiert. Und das gilt sogar, der Börsenwert ist derzeit nach Geldentwertung nicht größer als Ende der 1990er Jahre. Also, das ist schon eine interessante Betrachtung. Interessant auch dieser Artikel, nämlich die dramatische Wende hin zu US-High-Flyer-Aktien und diese Geldflüsse raus aus China rein in die USA. Es ist politisch nicht mehr gewünscht. Das ist ein echter Game-Changer aus meiner Sicht. Erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung. Warum steischt der Ölpreis? Und da gibt es eben diese verschiedenen Faktoren für uns alle ja relevant, weil das ist ja auch unser Geld, was da sozusagen an der Tankstelle und woanders dann die Werte-Hosentasche verlässt. Also diese beiden Empfehlungen, jetzt sage ich erst einmal Servus. Ciao.